Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt ja irgendwie heute Morgen schon gesehen, ihr sollt einfach nur geduldig bleiben Leute, dann kommt doch das Update und es ist endlich da. Das Foolings Update 2020, die Super Truppen sind da, so geht das Ganze los. Ich habe jetzt meinen ersten Client hier mal abgedatet und bin jetzt eigentlich wirklich gespannt, was auf mich zukommt. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich fast für ein kleines Kind, das Ostern jetzt feiert oder so, aber doch natürlich, ich freue mich auch auf das Update, vor allen Dingen auf die vielen, vielen kleinen Neuerungen. Dieses Bild hier ist schon mal sehr, sehr schick. Ich würde sagen, da mache ich mal ein Screenshot von, dann kann ich das gleich im Thumbnail benutzen. Wunderbar und los geht's, wir gehen hier rein. Oh, es gibt gleich, es gibt sofort ein Video, okay, das will ich aber nicht sehen. Das wollte ich jetzt nicht sehen. Willkommen zurück, Toto Clash. Willkommen zurück, Spiel. Da sind wir. Und damit sind wir jetzt wirklich zurück im Spiel. Irgendwie stand das Bild gerade. Wahrscheinlich, wenn ich im Air-Server immer einmal nach YouTube reingehe, dann kriege ich da immer eine Meldung. Und deswegen stand das Bild also erstmal willkommen hier zurück, Dorf. Was fällt eigentlich auf? Dass der Pass hier in einen Tag 22 ausläuft und wir noch ein bisschen Zeit haben, hier ein wenig etwas zu machen. Aber wir wollen natürlich die neue Truppe checken. Und was gibt es erstmal an? Oh, alter Falter. Es gibt Angebote, Leute. Frühlingsangebot. Frühlingsfrische. Super Bundle. Oh, was ist da denn drin? Was ist dann hier unten drin? Oh, das sieht ja richtig gut aus. Super Statue. 100K dunkles. Ein Buch des Kampfes. Schließt eine sofortige gelaufene Truppenverbesserung. Kein Lagerlimit. Lass das Angebot nicht entgehen. Oh, das ist eine coole Statue. Alles aus Gold hier. Ein Unibuch für 5,49 und 6 Millionen Gold. Ach, ich muss mich ganz hart zurückhalten hier. Bauwesen 1x1 und Rathaus 13. Okay, das ist das alte Paket. Da gucke ich mal lieber nicht rein, glaube ich. Aber wir wollen natürlich in die neue Super-Truppe reinschauen, beziehungsweise erstmal hier sammeln. Also hier auf der Seite hat sich natürlich jetzt einiges getan. Denn wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Das haben wir schon festgestellt. Also die Karre hier, die Beutekarre hat so ein ganz kleines bisschen mehr Platz da an der Ecke bekommen. Achso, ich kann sie gar nicht abbauen. Okay, ich kann sie gar nicht abbauen. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das hier mit den Super-Truppen läuft. Aber wir checken mal einfach, was so Update-mäßig war. Also hier soll sich ja ein bisschen was getan haben. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht sehr, sehr cool aus. Aha, bah. Ah, das sind jetzt wahrscheinlich meine Skins, die ich gerade habe. Da kann ich aber nicht rein tapseln. Okay, da kann ich nicht rein tapseln. Okay, der dreht sich, der dreht sich. Ach doch, man kann doch rein tippeln. Aber wenn ich die jetzt antippe, passiert dann nichts. Okay, Heimat-Dort-Eigenschaften. Achso, das sind die ganz normalen Sachen hier. Gibt es hier irgendwas Neues, irgendeine neue Errungenschaft? Gibt es aber hier nicht. Und, ähm, also man kann hier also, man kann hier doch rein tatschen, sodass die sich drehen, sodass man den aktuellen Skin auch sieht. Wechseln konnte man sowieso nur unten im Menü. Aber das sieht ein bisschen aufgeräumter hier im Moment aus, glaube ich. Das sieht ein bisschen aufgeräumter aus mit den Helden, mit den Belagerungsmaschinen. Und, äh, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Muss ich mal sagen, mein Clan hat sich hier was verändert. Aber ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Wir sind fast Clan-Level 19, das ist auch krank. Nicht schlecht. Und hier oben hat sich auch nichts verändert. Ähm, die Erwachsenen einmal wegmachen. Wunderbar. Okay, wir haben eine Neuerung, glaube ich, hier im Nachtdorf. Ähm, ich müsste mir das Update jetzt wirklich mal Stück für Stück reinballern. Hier gibt es natürlich was Neues. Hier gibt es keine Trainingszeiten mehr. Das heißt also, alles ist sofort verfügbar. Und, ähm, das werde ich sicherlich mal mit euch im Livestream oder so checken. Mal sehen. Aber wir gehen mal auf die Super-Truppe ein. Okay, verstärken. Aber hier gibt es ja auch was. Das Frühlings-Update ist da. Versionshinweise gibt es auch nochmal. Vorstellung der Super-Truppen. Das Dorf muss mindestens Rathaus 11 sein. Okay. Die Truppen müssen Levelanforderungen erfüllen, um ihren Super-Version entwickelt zu werden. Wenn deine Truppe einmal super ist, steht diese Super-Truppe eine Woche lang zur Verfügung. Wenn sie aktiv ist, ersetzt eine Super-Truppe die normale Version. Aha. Man kann also nicht beides haben. Du kannst sie nur trainieren, wenn dieses Power-Up aktiv ist. Man kann sie dann natürlich spenden. Wenn das Power-Up abgelaufen ist, bleiben die nicht verwendeten Super-Truppen in deinem Armeelager, bis sie verwendet oder gespendet werden. Die sind dann also nicht weg. Das ist auch sehr schick. Nach Ablauf der sieben Tage kannst du die gleiche Super-Truppe für sieben Tage nicht mehr verwenden. Da muss man eine andere Super-Truppe nehmen. Okay. Da muss man natürlich überlegen, was mache ich als erstes und was mache ich demnächst. Super-Baba. Ah, okay. Hier sehen wir nochmal die ganzen Sachen hier. Schleich-Kobold, der Super-Mauerbrecher und der Super-Riese. Das sind dann die ganzen Stats, die das haben. Neue Level. Rathaus 9. Der dritte Bohrer. Mache ich alles mit euch in dieser Woche. Frost-Zauber können wir auf 2 verbessern. Rathaus 11. Ab Rathaus 11. Goldmine. Auf 14 verbessern. Bohrer auf Level 8. Barbar-Level 9. Ab Rathaus Level 12. Und Kobold Level 8. Okay. Bei Rathaus 13 bekommen wir die Walküre. Dabei den Gift-Zauber auf Level 7. Und 50 Maustücke. Hurra. Ich freue mich. Neue Trainings-Level. Rathaus 12 für Yetis. Und Rathaus 13 für die Belagerungskaserne. Und königliche Gladiatoren. Okay. Die Trainings-Level kann ich euch sagen, die habe ich sowieso vernachlässigt ohne Ende. Dann haben wir Verbesserung der Lebensqualität. Clan-Book-Truppen werden nun in einer bestimmten Reihenfolge eingesetzt. Niedrigster Wohnraum zuerst. Wenn der Wohnraum gleich groß ist, werden zusätzliche Daten hinter den Kulissen verwendet. Niedrigs-Level zuerst. Neuer Ausfallbildschirm, der die Auswahl wesentlich erleichtert. Okay. Die Helden werden in ihrem Skin unter dem Reiter Mein Profil angezeigt. Beim Erwerb eines neuen Skins wird automatisch die Benutzeroberfläche zur Auswahl der Skins eröffnet. Können wir gleich mal reingucken. Forschungstränke haben wir gesehen. 24-fache anstatt das 10-fache. Aber der Forschungstrang kostet jetzt auch ein bisschen mehr Juwelen beim Händler. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Alter, ist das heute viel. Meine Herren. Einfache Möglichkeit für Content Creator hinzugefügt, einen Link zu erstellen, den Sie mit Ihren Zuschauern teilen können, um Ihren Creator-Kurz zu verwenden. Ich werde überspringen. Vorstellung, Freundschaftsspiel, spezialisierte Truppen für Clanburg, in der Legeimer festgelegt sind, unverändert bist du die verändert. Die Spielbalance, Alter, das ist echt viel. Das muss ich mir wirklich mal ein bisschen durchackern. Mini-Yetis locken nun die gegnerische Clanburg nicht mehr heraus. Aha. Okay, Mini-Yetis-Schaden gegen Ressourcenlager. Da das Rathaus auch ein Ressourcenlager ist, wurde um 50% reduziert. Okay. Rip-Yeti-Blind? Weiß ich nicht. Hat man ja noch gern gemacht. Die Anzahl der Mauerringe, die zur Verbesserung von Mauern erforderlich sind, wurde für bestimmte Level reduziert. Okay, das macht wahrscheinlich Sinn. Bauarbeiterbasis, behobene Fehler, doppelte Heilung, Problem behoben. Alter, ist das viel. Das ist ein Riesen-Update, Leute. Ehrlich. Das ist ein Riesen-Riesen-Riesen-Update. Meine Herren. UI-Kunst. Optischer Effekt für die Otto-Hütte, wenn der Uhrenturm aktiv ist. Okay. Sonstiges. Das gehe ich mit euch schön heute Abend im Livestream einzeln durch, Punkt für Punkt. Aber jetzt wollen wir doch mal die Super-Truppe machen. Okay. Verstärken. Kostet alles Dunkles. Und zwar 50.000 bis 60.000 der Riese. Wandle normale Truppen in Super-Truppen um, um sie zu den Dorfzerstörern zu machen, die sie schon immer sein wollten. Auch nicht schlecht. Das muss ich mal eben screenshotten. Das sieht sehr, sehr schick aus. Aber ihr wisst, ich mache immer viel mit den Kobolden. Und ich glaube, sieben Tage läuft das Ganze. Ich weiß gar nicht, ob man es jammen kann. Wenn man hier drauf geht, dann sieht man, was sie für Schaden machen. Trefferpunkte. Die kann man jetzt ja natürlich nicht leveln. Aber man kann den Kobold natürlich leveln. Okay. Gut, man kann sie ausprobieren. Das ist ja cool. Aber das ist cool, dass man die ausprobieren kann. Ach, das ist so wie in... Das kommt aus Glash Royale, Leute. Denn da kannst du auch jede Truppe ausprobieren. Der hat aber Defensive hier. Wie soll ich die ausprobieren? Okay. Wir nehmen mal die Lager hier weg. Mal sehen, wie die so funktionieren. Oh, das sieht cool aus. Das sieht sehr, sehr cool aus. Oh, die machen ja mal richtig was weg. Alles klar. Schauen wir mal. Aber die Schleichfähigkeit, mal sehen. Wie lange die ist. Oh, die ist... Ja. Okay. Ich nehme die Kobolde. Welche Truppe möchtest du nehmen? Ich nehme die Kobolde. Alter Falter. Klon kann man die auch noch. Klon. Schade. Der war jetzt ein bisschen doof, der Klon. Schade, schade. Aber guckt euch das mal an. Wie weit die hier laufen können. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Okay. Erneut spielen nach Hause. Ah, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir jetzt schon. Das gefällt mir jetzt schon. Die machen wir 50.007. Okay. Der läuft jetzt. Wenn man da rauf geht, dann sieht man das. Man sieht jetzt nicht die Länge. Ah doch, 6 Tage, 23. Man kann es nicht jammen. Also Leute, wir müssen uns 7 Tage gedulden, bis wir das hier haben. Finde ich aber auch ganz gut, dass es das nicht sofort gibt. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier eigentlich hin, um eben mal das Dunkle hier rauszutragen. Denn es gibt ja auch ein bisschen was zu forschen. Habe ich eigentlich einen Hammer? Habe ich eigentlich einen Hammer? Hammer des Zaubers, Hammer der Helden. Okay, die brauche ich jetzt nicht. Dann kann ich mir sicherlich hier... Ich gucke mal gerade, was ich nicht machen kann. Wir können ja den Kobold leveln. Auf Level 8. Okay. Und wir können die Valkyre machen. Wir können eigentlich beides machen. Das machen wir auch, würde ich sagen. Das machen wir auch. Oh, die Minions gehen auch einen hoch. Okay. Minions gehen einen hoch und Gift geht einen hoch. Oh, gucken wir mal. Ich glaube, wir machen erstmal die Kobis. Wir machen erstmal die Lieblinge hoch hier mit. Mit Truppenbuch. Oder nehmen wir erst die Valkyren. Ich überlege jetzt gerade, erst die Valkyren oder erst das. Ne, wir nehmen erst das. Weiß der Toto spinnt. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir nehmen erst das. Und nehmen die hier für 208.000. Denn ich habe hier auch noch ein Buch. Ja, also die machen wir natürlich auch fertig. Gleich erste dunkle Truppe. Dann ist das Dunkle vor allen Dingen weg. Denn es kommt ja aus dem Pass erstmal wieder neu raus. Und die nehmen wir gleich auch mal mit. Ich werde gleich auch mal bauen. Und wir nehmen auch mal ein paar von den neuen Kobolden mit hier. Beziehungsweise nicht die neuen, sondern überhaupt von den Kobolden. Und dann würde ich sagen, wir verballern eben mal unsere Truppe. Das Video wird etwas länger. Und der Livestream heute vermutlich auch. Gucken wir mal. Junge, ist das ein großes Update. Da gibt es ja echt mal so viel nachzulesen. Denn es sind so viele kleine Einzelsachen, die dort jetzt reingekommen sind. Und ich hoffe, dass ihr euch das genauso akribisch durchlest wie ich auch. Denn es ist das schon ziemlich, schon sehr, sehr umfangreich. Aber lohnt sich sicherlich auch. Und es lohnt sich auch, den hier mal mitzunehmen. Oder? Naja, den können wir mal mitnehmen. Denn hier, wir können auch noch mal ein bisschen, so ein bisschen was wegüben. Mit unserer Truppe. Ich habe Yetis am Start. Okay, den Blimp brauche ich jetzt nicht nehmen. Denn der Blimp löst, beziehungsweise die Yetis da drin. Ich nehme mal an, dass ich die Yetis da drin habe. Ich wollte da noch reingucken. Spiel. Das ist auch immer irgendwie buggy hier am iPad. Okay, aber man sieht es gerade so. Da sind in jedem Fall die Yetis drin. Und erstmal den Bogenschützen-Turm machen. Und dann einmal den. Inferno hier. Wunderbar. Dann können wir eigentlich hier hinten mal einen Päcker laufen lassen. Und wir nehmen einen Yeti dahinter. Und ich würde sagen mal hier einen Bowler. Wunderbar. Und dann können wir sicherlich, glaube ich, hier schon vor dem Bogenschützen-Turm mit rein. Magier. Unsere fünf Mights hier. Jetzt ist nur die Frage, wo lasse ich ihn hier raus. Ich glaube, wir nehmen den dort auch mal. So. Und wir haben einen Sprung. Den nehmen wir mal hier. Der reicht jetzt nicht ganz. Der reicht jetzt nicht ganz. Das weiß ich, aber das ist nicht so schlimm. Und wir nehmen unsere royale Championatin mal von dort mit rein. Einmal hier ein Heil. Dass wir hier am Rathaus ein wenig geschützt sind. Aber das sieht ganz gut aus. Wir müssen mal ein bisschen die Ressourcen machen hier. Den King forsten wir hier mal ein bisschen weg. Die ist schon mal nicht mehr da. Wo haben wir denn jetzt noch viele, viele Truppen? Da haben wir noch ganz, ganz viele. Okay, da geht mein King. Hier habe ich noch einen Minion. Ja, die Minions, das ist nicht so meine Truppe. Deswegen können wir die ganz normal mit dem dunklen Level, was wir jetzt hier reinholen. Das ist nicht so wirklich mein Ding. Aber egal. Das sieht ganz gut aus. Da außen sind auch noch zwei Mights. Und ja, ich bin gleich wirklich mal gespannt auf Kobolde und ein paar Valkyren. Also die neue Truppe schon mal angespielt hier. Mal sehen. Okay. Ich bin natürlich jetzt ziemlich hoch in der Liga. Das ist vielleicht für Kobolde nicht ganz so gut. Aber können wir die beiden hier mal stilllegen? Ja, das kriegen wir auch noch hin. Wunderbar. Wir sind jetzt bei 67. Okay. Ich bin in Titan 2. Das ist vielleicht jetzt nicht so die wirkliche Liga, um hier mit Kobolden zu rocken. Aber wir gucken mal. Wir nehmen ein paar Valkyren mit. Und wir nehmen ein bisschen von den Kobolden mit. Und der Kampf dauert mal richtig lange hier. Ach, da oben sind die auch noch unterwegs. Okay. Da oben sind die auch noch unterwegs. Allerdings haben wir hier unten jetzt einen Scattershot, der hier auf meine Truppen zielt. Das kriegen wir nicht mehr hin an der Stelle. Dann nehmen wir hier jetzt mal die Queen in die Pflicht. Und ja. Wir haben ja keine Heldenlevel zu machen. Das ist schon mal ganz gut. Das war an der Stelle nicht weitermachen müssen. Aber hier kann ich glaube ich abbrechen. Da kriegen wir nichts mehr. Oh, sieht ganz gut aus. Passt so. Okay. Ich habe den Vierfach-Sterne-Bonus auch erhalten. Dann bauen wir mal eben nach. Lass mal gerade gucken. Was ist eine gute Kombi? Wir nehmen mal ein bisschen was mit zum Funneln. Eins, zwei. Ah, den kann ich noch nicht machen hier. Kann ich den doch schon machen. Ne, das sind ja die normalen Kobolde im Moment. Das werden ja die normalen Kobolde sein, denke ich mal. Warte mal. Das wird ja ein normaler Kobold sein, glaube ich. Obwohl wir sehen, wir können den gar nicht sehen. Warte mal. Damit wir den sehen können, machen wir hier mal eben eine Truppe weg. Und nehmen da mal vier Kobolde rein. Das wird ja jetzt noch nicht der Super-Kobold sein. Den habe ich ja noch nicht. Okay, der nimmt auch vier Platz. Oder habe ich den doch schon? Ach doch, ich habe ihn schon. Ich muss den gar nicht ausbilden. Ich muss den gar nicht ausbilden. Jetzt wollte ich gerade fragen, wo kommt der jetzt raus? Ah, Leute. Ich weiß, wo der Hasen langläuft. Ich weiß, wo der Hasen langläuft. Passt auf. Ich habe die doch. Ich habe die jetzt sieben Tage. Ich habe die jetzt sieben Tage. So, passt auf. Die nehmen vier Truppenplatz ein. Vier Truppenplatz, ist das richtig? Ne, drei. Drei Wohnraum. Okay, drei Wohnraum. Also schon mal zwei mehr. Das heißt, wir nehmen einen Vierer-Wohnraum jetzt weg. Jetzt passt auf, was passiert. Jetzt müssen wir schnell sein. Armee bearbeiten. Okay. Weg da. So, ich habe jetzt nämlich eben gesehen, dass der, obwohl ich habe jetzt sofort zwei, ne? Nur beim ersten Mal. Okay, das ist, ah ne, da, da kommt er. Da kommt der normale Kobold, Leute. Ist das funny. Der kommt hier, geht hier einmal rein. Aber Kadabra, Zaubertrank von Obelix. Und dann haben wir den. Ist das cool oder was? Sehr schick hier. Ihr seht schon, ich freue mich. Ich freue mich. Okay, dann müssen wir jetzt aber irgendwie eine Truppe da mal im Backend nachbauen. Dann nehmen wir die mal. Nehmen wir da mal so 20 Stück von mit, würde ich sagen. 16, 17, 18, 19, 20. Ein paar Walküren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da geizen wir mal nicht mit. Und dann brauchen wir noch einen Tank. Da nehmen wir mal so einen. Da werden wir zwei von denen. Da könnte zwar die Heilung überspringen. Der normale Ghulim wird ein bisschen wenig benutzt, ne? Vielleicht machen sie da ja auch noch was dran. Der normale Ghulim wird im Moment ein bisschen wenig benutzt. Ähm, zwei davon und vielleicht noch ein paar Magier können nicht schaden. Sieben ist ein bisschen viel. Ist denn was zum Funneln? Oh, das geht. Man kann, man hat doch ganz gute, man hat ganz, man hat doch ganz gute Truppen hier. So, die lassen wir mal ausbilden. Die haue ich gleich raus. 1, 2. 1, 2 nehmen wir mal. Wir machen das mal so. Nehmen wir mal kein Heil mit. Ähm, achso, da kommt noch der Wut. Jo. Okay, Belagerungsmaschine. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Damit kann ich die auch wieder leer machen hier. Was können wir jetzt eigentlich noch forschen? Wir können hier noch forschen die Barbaren, richtig? Mit Elex. Und wir können hier auch noch forschen den Zauber. 208.000. Das ist alles nicht so ultra teuer. Denn ich habe, glaube ich, noch Runen wie Sand am Meer hier. Die brauche ich dafür fast gar nicht. Eine Elex-Rune könnte ich, glaube ich, noch vernehmen. Muss ich mal gucken, wie wir es machen. Oder aber ich hole mir hier einfach noch einen Hammer aus dem Shop. Denn wir können hier ja noch ein bisschen was machen. Aber irgendwann kommen neue Helden-Level und dann habe ich keine Hämmer mehr. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr das so gemacht habt. Oder ob ihr jetzt wartet, bis die Hämmer da sind. Müssen wir mal sehen. Aber ich will jetzt auch mal anfragen. Denn ich will das neue Anfrage-Menü ja mal sehen. Aha. Zwei Yetis. Wut. Eine Walküre und Wut. Okay. Das kann ich hier jetzt editieren mit dem Stift. Nur Spenden auf maximalen Level. Okay. Achso. Ich kann hier jetzt auswählen, was ich haben will. Okay. Ich will Yeti haben. Zwei Yeti. Eine Walküre. Okay. Und ein Barbaren. Alter, ist das cool. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern Max haben. Das mache ich aber nicht. Ich meine, hier ist es sowieso egal, weil wir hier bei Spätzchen mit so es eh nur Max-Truppen haben. Auf Bestätigen gehen. Und man kann ja nochmal seinen Text dazu schreiben. Ja. Das machen wir mal so. Mal sehen, ob die anderen auch schon gefordert haben. Alter, das ist so im Bild da. Boah, ich bin ganz im Bus heute Morgen. Ist das cool oder was? Braucht Verstärkung. Okay. Achso. Jetzt gehen die dann weg. Und dann sieht man genau. Alter, man sieht dann genau, was ist schon drin und was ist weg. Das ist sehr, sehr gut, kann ich euch sagen. Diese Funktion hier, die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer. Denn ihr wisst genau, einer fordert drei Loons und ein Drachen oder so. Und dann spenden zwei Leute auf einmal, hast du plötzlich sechs Loons da drin. Das ist richtig, richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Also haben wir hier jetzt erstmal sieben Tage diese hier. Aha. Wir müssen sie gar nicht ausbilden. Ich hatte gedacht, dass wir die jetzt erstmal sieben Tage ausbilden müssen. Müssen wir aber gar nicht. Sehr, sehr cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich will mal gucken, ob es noch was richtig Riesiges Neues gibt. Aber das Riesigste, was ich eigentlich gerade sehe, wenn ich jetzt mal rausgehe, guckt euch mal die Bäume an. Wie detailliert das geworden ist. Wie detailliert das geworden ist. Und ich glaube, der Rand ist jetzt auch ein bisschen breiter. Kann das sein? Oh, und der Wasserfall ist zurück. Der Wasserfall da hinten. Den haben wir ja schon ewig nicht gesehen. Ach, ist das hübsch. Ach, ist das schön geworden. I like Clash of Clans. Echt. Jo, ich habe jetzt gesehen, dass beim Anfordern, habe ich jetzt mal gefragt, hat nur Mauerbrecher entschieden. Okay. Wenn man hier anfragt, dann bleibt die Anfrage da nicht drin. Sondern der Text hier unten bleibt natürlich. Aber wenn ich jetzt Super-Truppen haben möchte und sage hier oben nicht, was für eine Super-Truppe ich haben will, dann können die da einfach rein spenden, was sie wollen. Packe ich da oben jetzt Riesen rein. Dann will ich natürlich Riesen haben und dann gehen da auch nur Riesen rein. Aber ich weiß ja nicht, was die Leute haben. Deswegen mache ich das mal so einfach nur Super-Truppen. Dann sieht das auch so aus, wie es immer ausgesehen hat. Also einfach Super-Truppen rein und gut ist. Dann machen wir das Ding voll und Wut. Ein Wut-Zauber. Das ist mir nur gerade aufgefallen, dass bei dieser Spenderei hier das so ein bisschen komisch ist. Und ich aber sagen muss, dass bei den Freundschafts-CKs, da gibt es auch noch eine Änderung, seht ihr das? Meine Clan-Burg. Also ich habe jetzt im Moment noch keine Clan-Burg. Aber wenn ich gleich welche habe, kann ich euch nochmal auch da den Unterschied erklären. Okay, jetzt habe ich hier Clan-Burg-Truppen drin. Ihr seht, ich habe jetzt ja eben die Super-Truppen angefordert. Und ich habe Super-Truppen drin. Okay, die Fassroller. Alles klar, die nehmen wir dann mal mit. Aber wenn ich hier jetzt einen Freundschafts-Klang-Burg machen will, dann ist die Clan-Burg erstmal nicht da. Ich muss sie auswählen. Ich kann sie jetzt, ich kann jetzt nur diese benutzen hier. Das ist eigentlich ein bisschen doof. Weil ich jetzt eigentlich zum Verteidigen eine andere Clan-Burg natürlich da drin haben hätte wollen. Aber wir können die ruhig mal nehmen. Hier also kann ich jetzt sagen, los. Und dann ist das jetzt das Freundschaftsspiel mit den Truppen. Hat sich da also auch ein bisschen verändert. Jetzt freut sich sogar jeder über Mauroher. Natürlich freuen wir uns über Mauroher, gar keine Frage. Wir gehen ab in die Suche. Und dann gucken wir mal, ob wir hier oben was für unsere neuen Truppen finden. Ich habe die jetzt auch ausgebildet hier. Hier sind die kleinen Sackträger. Alter, Alter. Ich bin so ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Denn ich hätte nicht gedacht, dass das Update wirklich so riesengroß wird. Aber es kam ja noch was dazu. Zeige ich euch aber gleich, wenn ich einen passenden Gegner gefunden habe, der auch mal ein bisschen Loot für uns hat. Na endlich. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber 830.000, 866.000. Die kann ich mir nicht hingehen lassen. Und das wirklich coole ist, ich habe das eben schon mal probiert. Wir haben die ja jetzt schon maxed hier. Wir nehmen hier einen. Einen. Leute, das ist einer. Ich muss echt so lachen. Tut mir leid. Das war einer. Ist das der Hammer oder was? Oh Mann, jetzt geht aber wirklich die Snackerei los hier. Das ist der Brüller. So, da haben wir schon mal das hier. Dann nehmen wir den Bohrer auch mit. Ich meine, echt gefahrlos. Leute, wie will man jetzt seine Ressourcen schützen, wenn sie ein bisschen überlaufen? Okay, wo hat er den dicken Pott? Den hat er dort. Alles klar. Dann gehen wir hier mal rein. Auch das hier ist sehr, sehr cool. Auch das ist sehr, sehr cool. Okay, wir gehen mal rein. Wir haben hier die Elektro. Und ich nehme... Ach, ich habe ein paar Heiler dabei. Okay, ich habe ein paar Heiler dabei. Aber ihr müsst jetzt gleich gucken, was gleich passiert. So, die können da erstmal durchgehen. Da kommen jetzt nämlich die Fassroller. Für meine Walküren. Oh, Gott ist das fiese. Alter Falter. Ich komme gar nicht dazu, meine Helden so schnell rauszusetzen. So. Dann können die auch... Wo haben wir denn hier eigentlich noch was? Hier müssen wir nochmal hin. Oh, scheiße. Da war das Loch eigentlich auf. Mist. Mist, Mist, Mist. Da war das... Da war das eigentlich noch offen. Dann nehmen wir jetzt mal die Hidden hier noch rein. Wunderbar. Und die gehen hier auch voll durch. Guckt euch das an. Die Kobis. Alter. Ist das brutal. Das geht gar nicht, ey. Meine Herren, ey. Guckt euch die Dinger an hier. Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt wollen die natürlich nach außen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so schick. Und... Alter, ich komme gar nicht nach mit dem Setzen. Boah. Ist das brutal. Ist das brutal. Aber wir haben hier noch so ein bisschen was. In den Mienen und Sammlern. Aber wir haben jetzt auch... Jetzt habe ich gar nicht alles ausspielen können hier. Boah. Na toll, Toto. Vielleicht nehmen wir erst mal zwei Ballons vorne weg. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall das ganze Dunkle einfach mal so gekriegt. Und haben auch Rathaus gekriegt. Ich bin total begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Das Video, ich weiß, ist ultra lang. Aber ich bin total weg. Muss ich echt mal so sagen. Es ist der Klopfer. Ich hatte jetzt eben erst gedacht, ich forsche hier mal. Dass wir... Den hier, den könnte ich mir eigentlich auch mit dem Hammer hochhauen. Ist sicherlich nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wie ich es genau mache. Denn wir brauchen noch ein bisschen... Gold und Elex hätte ich gern. Warte mal, ich muss noch mal ausbilden. Wir nehmen die noch mal in die Schnellausbildung rein. Aber wir verändern noch mal kurz was. Denn von denen brauche ich jetzt gerade nicht so viele. Ich glaube, nur neun Stück. Wir nehmen mal einen Päcker hier mit rein. Wann wird es der zweite? Ja, zwei Päckers hier mit rein. Hintergrund ist nämlich folgender. Dass hier es auch neue Ereignisse gibt. Habe ich gar nicht gesehen. Auch nach die neuen Ereignisse. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gemacht. Aber hier haben wir 30 Tage Zeit für. Weil alle Super-Truppen genutzt werden. Und ich hatte ja jetzt schon Mauerbrecher mit. Die habe ich ja jetzt eben schon in der Clanburg gehabt. Und ich habe jetzt einen Päcker dabei. Den hatte ich vorher schon dabei. Rathäuser müssen wir natürlich snacken. Alter. Das Update ist so groß. Ich glaube, wir machen heute Abend ein bisschen weiter im Livestream. Also ich hoffe, der kurze Einblick hier mit mir, der ja total angehypt ist gerade, hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Wir gucken hier sicherlich noch ein bisschen tiefer in dieser Woche in die ganzen Sachen rein. Aber ich kann einfach wieder anfragen. Anfragen. Einfach Super-Truppen. 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 Und jetzt werden Mauerbrecher natürlich sehr gerne wieder genommen. Aber ist mir egal, was da reinkommt. Hauptsache, wir schaffen die Events hier in den 30 Tagen. Schaffen wir das ganz locker. Also bleibt am Kanal dran. Bis dahin, Leute. Euer total angehypter Toto. Rest.